Das ist Paul. Er möchte eine Terrassenüberdachung bauen und benötigt dafür Stegplatten und Zubehör. Im Online-Shop von SAF Kunststoffe bekommt Paul alle Produkte in hochwertiger Fachhandelqualität zu einem guten Preis-Leistungsverhältnis. Mit einem modernen Dachplaner sowie dem kompetenten Serviceteam ist sein Einkauf ein Kinderspiel. Sobald die Bestellung abgeschlossen ist, kann Paul über sein persönliches Dashboard jeden Schritt seiner Bestellung verfolgen, die ihm günstig per Spedition bis an die Haustür geliefert wird. Planen auch Sie ein neues Gewächshaus, einen Carport oder eine Terrasse? In unserem Online-Shop bekommen Sie alle Produkte für Ihr Projekt. Für eine kompetente Fachberatung steht Ihnen unser Serviceteam jederzeit gern zur Seite.